Kommen zwei Spätschen zusammen, sagt der eine zueinander, was treibst du nicht, weil er so... Er sagt der momentan, da ließ ich einen Winnetou von Karl Marx. Von wem? Von Karl Marx. Er sagt, so spinnt du, heu. Einen Winnetou, den hat er der Karl May geschrimmen und nicht der Karl Marx. Achso, ich hab mir schon gedacht, da kann ich's nicht stimmen, weil so ein wenig Indianer vorkommen. Untertitelung des ZDF, 2020